So, wir stehen hier beim FIFA 17-Turnier, powered by Konrad und Handyflash und ich stehe jetzt hier mit Sharif. Sharif, du bist angemeldet? Ich bin angemeldet, ja. Seit drei, vier Wochen. Ich warte schon sehnsüchtig darauf, ja. Wie ist deine Prognose für heute, also für dich selber? Ich hoffe, dass ich die zwei K.O.-Spiele überstehe, aber auf jeden Fall bis zum Schluss trotzdem bleiben. Habt euch Mühe gegeben, auf jeden Fall. Gerade kurz ein bisschen erschrocken, weil das Banner hier hinten runtergefallen ist. Wir stehen hier gerade an der Shisha-Allonge, powered by Konrad und Handyflash. Ist ein kleines bisschen windig, sieht man ja auch. Und wir hatten vorhin schon darüber geredet, sämtliche Einnahmen werden halt dementsprechend gespendet. Aber jetzt nochmal zu dir. Du hast auch gesagt, Vorbereitungen, alles super. Und du hast auch schon richtig Bock drauf, freust dich drauf? Auf jeden Fall, ja. Ich bin extra aus Düsseldorf jetzt angereist. Ich habe einen Kollegen, der 400 Kilometer gefahren wäre, der hat sich seinen Arm ausgekugelt. Ist leider nicht dabei, aber ich spiele für ihn mit, auf jeden Fall. Rockst du die Nummer heute alleine? Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Glück. Was sagst du zu den Pros, die hier sind? Auch Bock, eine Runde gegen zu zocken? Kann man ja hinten auch machen. Ich glaube, habe ich keine Chance, aber ich gucke gerne zu. Und dann gucken wir weiter, auf jeden Fall. Aber sehr, sehr gut, sehr, sehr gut organisiert. Schönes Wetter, Gott sei Dank. Alles, alles richtig gut, optimal. Wir gehen auch davon aus, dass heute Sonnenschein bleibt und kein Englischer, dass wir alle noch nass werden. Von daher, bis gleich. Danke dir, Scharif. Danke schön.